Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, willkommen bei den Tages... Hör doch mal jetzt auf, was soll das denn? Jedes Mal diesen Quatsch da. Entschuldigung. Okay, geht doch. Alles klar. Weiter bitte. Werbung. Kennt ihr Werbung? Wir reden jetzt nicht von Netflix oder Amazon. Nee. Hier so, so Waschmaschinen leben länger mit Calgon. So in die Richtung. Oder Seitenbacher Bergsteigermüsli. Seitenbacher. Seitenbacher Bergsteigermüsli. Das von Seitenbacher. Das Bergsteigermüsli von Seitenbacher. Jens! Alles klar, Entschuldigung. Mann ey. Also das ist Werbung. Das meinen wir mit Werbung. Kennt ihr. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Läuft ab und zu mal bei den Privatsendern so. Ja, wir wollen jetzt keine nennen unbedingt, aber... Gibt ja kein Geld dafür. Deswegen brauchen wir das auch nie nennen. Wenn ihr das... Nein. Wenn ihr gerne... Nein. Lassen wir weg. Also, die haben wir. Also wir haben aber was da für euch. Und zwar haben wir einen Wärmespot mal rausgesucht. Der hat's in sich. Genau, der hat's in sich. Und zwar ist das dieser hier. Das ist so die Mädels. Also wir haben natürlich den Originalton jetzt ausgeblendet, weil wir sonst Probleme kriegen. Ja, es ist so ein bisschen, ne? Genau. Bist du Bescheid. Bist du Bescheid. Und die riechen dann an so Teststreifen. Wie sehen die aus? So ein bisschen so Fieberthermometer-mäßig, ne? Oder Schwangerschaftstest oder irgendwie so, ne? Ja. Oder so, ja. Das geht natürlich auch. So, und im Grunde genommen, also, diese Werbung haben wir uns gedacht? Das geht besser. Aber richtig besser. Und was haben wir gemacht? Wir haben für euch einen Wärmespot. Wir haben eine Runde gegammelt. Genau so sieht's aus. Ich würde sagen, oder? Ab dafür, ab dafür, ab dafür, ab dafür. Ja, das ist definitiv mein Traummann. Boah, das kenn ich doch. Das ist doch hier dieses total Geile. Wie heißt das? Hör mal. Hör mal. Hör mal. Was ist das hier? Oh, sexy. Boah, Gammel, ne? Die wissen schon, wann Frauen wurde, ne? Tja, Gammeln kann ab und zu gar nicht mal so schlecht sein. Gammeln ist geil. Ja. Wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt von unseren Werbungen 2.0, dann würde ich sagen, lasst doch einfach mal ein Abo da, oder? Abo, Leute. Ein Abo. Nicht nur gucken, auch abonnieren. Ja, Knöpfchen drücken. Knöpfchen drücken. Und die Glocke. Glocke aktivieren, alle nichts mehr verpassen. Rabimmel, rabammel, rabumm. Bumm, bumm. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ab dafür. Ab dafür.